Darauf hat Bayern ein Jahr gewartet. Rock Meets Classic kommt zurück. Robin Beck und die Originalsänger von Toto, Survivor, Manfred Mans Earth Band und Deep Purple spielen ihre größten Hits. Zusammen mit dem Bohemian Symphony Orchestra Prag. Ein atemberaubendes Konzerthighlight mit Gänsehautgarantie. Rock Meets Classic. Ab 5. Januar überall in Bayern und erstmals in der Olympia Halle München. Rock Meets Classic. Tickets jetzt auf antenne.de